Abschließend ist zu sagen, ein Steindoktor in Steinwissenschaften an Equestria's Steinologie-Institut ist keine leichte Sache. Ich bin auf jeden meiner Doktoranden sehr stolz. Äh, jeden? Nein, auf dich meine ich. Los, Wort! Nummer eins! Nummer eins! Stuten und Gentleponys, äh, ist das Magnesium reicher Basalt? Mit Freude präsentiere ich euch meine beste Doktoranden, Maud Pye. Ich bitte um Entschuldigung, Doktor Pye. Ah, Doktor Pye, Doktor Pye! Oh, Stein, Doktor Pye. Ich bin Maud. Die bist du! Brillante Rede, fahr fort, fahr fort! Wollte ich auch, Pinky. Ich bin Maud. Pye. Dankeschön. Das war spitzenmäßig! Brillante Rede, Zugabe! 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 My Little Pony My Little Pony My Little Pony Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann? My Little Pony Lass ein Boten eher die Freundschaft mir an! Abenteuer, Spaß und Spiel Und etwas fürs Herz, von allem ganz viel Lieb und freundlich Zueinander sein Und obendrein gibt's Zauberrein Meine herrlichen Pony Du, meine allerbesten Freunde seid ihr! Du ziehst noch Ponyville! Wir wohnen zusammen, kaufen Etagenbetten und ich schenke dir Pantoffeln mit besteschwesterfreundinnen wie immer! Obwohl wahrscheinlich nur ne Abkürzung draufpasst, BBSFF! Das entscheiden wir einfach später! Jetzt sind wir erstmal zusammen und was Ponyville betrifft, wir haben jetzt ne Steindoktorin! Langsam, Pinkie Pie Du wohnst bald in Ponyville Ich weiß noch nicht sicher, ob ich dorthin ziehe Aber natürlich, Dummachin, du hast gesagt Es gibt nichts mehr, das ich auf der Steinfarm noch lernen könnte Vielleicht ziehe ich einfach nach Ponyville In Betracht käme auch die schreckliche Schlucht Das ist der typische Mord-Humor Du solltest Comedy machen! Mach ich schon, aber das war kein Witz Die schreckliche Schlucht? Die fürchterliche, unlustige, einsame Schlucht mitten im Nirgendwo-Land? Dorthin oder nach Ponyville Aber Ponyville ist so... Die schreckliche Schlucht ist so... Die Entscheidung hängt vom Gestein ab Aber, was ist mit BSFF? Deshalb gebe ich Ponyville eine Chance Also muss ich beweisen, dass Ponyville bessere Steine hat als die schreckliche Schlucht Die Herausforderung nehme ich an Ihr bringt deine Sachen zu mir und dann pass auf, halt dich gut fest Dann lassen wir es voll steinig machen Okay In der schrecklichen Schlucht gibt's vielleicht Steine Aber unsere Edelsteine sind perfekt! Oh, sieh doch! Man weiß nie, wen man hier trifft! Mord, Liebes! Ist das schön, dich wiederzusehen! Oh, Glückwunsch zu deinem Stein, Doktor! Und was machst du jetzt? Ich rede mit dir Oh, äh, richtig Vielleicht entdeckt dein geübter Blick zufällig einen grün-gelben Edelstein Ich bin kurz vorm Verzweifeln Ich hab einen Oh, du bist wirklich ein Gold, Schatz! Damit wird mein Kleid auf Countess Coloraturas Album-Release-Party sicher auffallen Weißt du eigentlich, wie selten der ist? Ein gewöhnlicher Tartin-Ponyville! Und das ist ein sehr gewöhnlicher Stein Hä? Das betrifft alle Steine hier Ach so? Ich meine, komm schon! Das hab ich doch gewusst! Ich hatte ja auch nicht vor, dich mit dieser Edelsteinhöhle zu beeilen! Eben im Offenacker of Melody Und das kann jetzt nicht vor, ich C, Tartin-Ponyville! etter Shortz Der Salväste Krüve Ich kann jetzt ja auch nicht vor wie selten, dass kein Schatz der eine Einfläche ausseites und weißt, ja, ist es dann irgendwie vor» Dann sitzen da die Wandisse ausseite nunca noch mal ausseite,って lands Rover Samann, so dass es planejht sie sich, ist es ebenso sicherland... Das ist zwar nicht zur Nähe an, aber nach Essen! Das ist loansste, unfassiereidal Vielen Dank.